So, aktivieren wir das gute Teil, oder? Oh, feste ziehen, feste, na bitte, geht doch, ich beile mich ja eh schon, und hüp, so, gibt's ja auch, knarren, Waffen, nö, ah, was haben wir denn da, oh, was ist denn das da, Automatikgeschütz, gegen was habe ich das jetzt ausgetauscht, was hätte ich da, gegen das Hartlichtschild, Automatikgeschütz ist cool, was gibt's da, was ist das selbe nochmal, okay, was haben wir da, nochmal, warum da viermal, achso, wenn wir im Korbmodus spielen, na klar, ui, ähm, hab mich gefragt, warum die Infinity noch nicht auf Allianz gestoßen ist, okay, was suchen die hier, sie bewegen sich auch auf den zweiten Pylon zu, das kann kein Zufall sein, es gibt keine Zufälle, und hüp, anscheinend haben die Prometheaner auch etwas gegen die Anwesenheit der Allianz, das Battlenet explodiert förmlich mit Nachrichten über die Gegenwehr rund um den Pylon. Das Battlenet, so, was haben wir hier, da haben wir Schrot, mag ich nicht, Lichtstrahlengewehr, ja, das ist cool, äh, da, nehmt das einmal, so, und dann nehmen wir noch mit, als zweites, nehmen wir noch mit, hm, willst du auch was? Ja, die Pistole ist eh nicht so schlecht eigentlich, oder, nehmen wir Schrot mit, also, da fehlt uns die Halbdistanz. Na, jetzt schauen wir, was uns hier überhaupt zu erwartet, wo sind wir denn da, wo? Oh, kuschelig, sehr, sehr kuschelig, uiui, wenn da schon so ein Raumschiff herkommt, wenn ich jetzt runterhüpfe, ist es vorbei, das heißt, überlegen, bleibe ich dabei, oder bleibe ich nicht dabei, ich bleib dabei. Scheiß an, so, wo bin ich, uah, oh, Moment, die machen sich ja gegenseitig fertig, das trifft sie gut, da warten wir mal ein bisschen ab, macht sie jetzt, macht ihr das einmal und ich schauen mal an, was es da sonst noch gibt, oh, oh, aua, ich bin nur Zuschauer, lasst mich doch in Frieden, äh, 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 äh Richtig ruhig. So, seine Knarre mag er nicht. Wir gehen mal so außen rum. Ah, der geht ja gleich mal weg. Der ist lästig. Diese Wächter, oder wie sich die nennen, die laden ja die einen Typen immer wieder auf. Das heißt, wenn du die killst, dann kannst du dir bei sein, dass die die sogar wiederbeleben. Oh, sowas da ist los. Ich kann mal mithelfen und mal diese wegschießen da. Das ist mir eigentlich wurscht. Die sollen sich ruhig gegenseitig wegballern da. Ich kümmere mich nur um, äh, nur um die da. Und das allein ist eh schon nicht so einfach, denn die bleiben auch nicht irgendwo. Bleiben wir mal da jetzt. Fix rein in einmal. Der wird ein Hintersack. So, komm her da jetzt. Einer weg. Ah, daneben. Ja, ja, mach ihn fertig. Komm. Wo ist der Wächter? Da ist er. Ah, er brennt, er brennt, er brennt. Weg ist er. Das heißt, der bekommt keine Energie mehr. Jetzt schau ich mal schön langsam ruhig, denn da. Hat der Kugel sicher einen Hintern, oder was? So, keine Munition mehr. Na, da will wir gratulieren. Hm, was machen wir jetzt? Soll ich mal warten, bis die den jetzt wegkillen da, oder? Ich helfe einmal mit da, mein. Oder soll ich mal einen Schleichangriff da machen, hm? Sollen wir es probieren, wie es geht? Ah, es geht nicht, es geht nicht. Ah, scheiße. Ich wollte doch nur einen Schleichangriff machen. Mann. Was ist denn für Speicherpunkt im gezummten Modus? Mann, oh, Mann, oh, Mann. So, Wächter, komm er da jetzt einmal, der Letzte da. Eieie. Der ist weg. Wieso, habe ich mehr Schuße wie zuerst, oder was? So. Ja, dann werden wir uns den jetzt von hinten geben. Mann am Boden. So, Munition aus. Schöner Scheiß, echt. Ich will mir den Granat nehmen. Achso, Moment, ich habe ein Ender mit. Ah, ich hänge wieder irgendwo fest. Wo ist mein Geschützturm? Kann ich wieder mitnehmen eigentlich? Komm, geh mit. Fuß. Oh, 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 oh. Gefällt mir gar nicht. Ich bräuchte ein bisschen Munition irgendwo. Oh, ah, da haben wir was gefunden. Kann ich sehen? Ah, das ist ja auch gut. Das ist ja auch so ein Out-Snapper. Uäh. Nei, da wollen. Oh, oh, oh. Oh, Moment, wo kann ich da hin? Jawohl. Weg ist er. So, ich muss mal irgendwas suchen. Oder irgendwas zum Schießen habe. Der Netz ist jetzt aus. So, da haben wir mal diese Plasma-Dingsbombes aus der Dörfer. Ja, ich nehme jetzt nicht Plasma. Ich nehme nicht Plasma. Plasma. Was sind das? Plasma-Pistole. Wollte ich immer geschimpft hier bei YouTube. So, nimm doch mal endlich die Plasma-Pistole, du Sack. Ja, ich nehme es eh schon. Da. Ähm. Neo, gib mir den Ausgang. Wo muss ich denn hin? Hallo? Ah ja, da muss ich jetzt gehen. Ja, ich weiß ja eh schon. Oh, ja, na klar. Oh, ich gehe es ja nicht richtig gut, ha? Der spinnt doch wohl komplett, oder? Oh, Deckung, Deckung, Deckung. Oh ja, jetzt geschützt es gleich weg und Puff. Ja. Mit was für einer Knarre soll ich euch das erledigen? Ich habe da nochmal 25% Energie. Alles andere ist leer. Der ist leer. Was haben wir noch da rum? Also die Plasma nehme ich mal wieder mit. Entschuldigung. So, die sind wir weg da oben. Diese äußerst große, mächtige Lächerlichkeit und Nervlichkeit ist weg. So, Jungs, ich brauche mal eine Knarre. Das kann es aber nicht sein. Oh, Nadelwerfer. Hm, das ist vielleicht gar nicht so blöd. Ich frage, ob man die auch gegen diese Fluffis da oben einsetzen kann. Natürlich kann man. Natürlich. Geiler Scheiß. Zack, bumm, weg. Jawohl. Nadelwerfer vor President. Ist natürlich nett, wenn noch irgendwo ein bisschen was da herumliegen würde. Oh, da haben wir Granaten. Das ist auch schön. Moment, was hat denn das jetzt da? Plasmaknarre ist die besser wie die da? Ah, das ist eine Dingspombs ist das. Nein, ich nehme die Plasmaknarre. Natürlich. Wie es mir befohlen wurde. Moment, und da könnte ich das Hartlichtschild mitnehmen. Ah, ich bleibe dabei. Das Zeug wird schon nicht so schlecht sein. Achso, der ist ja auch noch da. Ah, der große, dicke, fette Moment. Ist die Frage, ob da das Dings was hilft dagegen heute, wenn wir das Geschirr hintermantender aufbauen. Genau. Jetzt pass auf, ich sprühe mir das mal so rum. Waff, da fliegen die Fetzen, der ist weg. Nein, 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 weg mit dir. Und? Nicht wiederbelebt. Oh, verdrückt. Gut, Nullschuss, Nullschuss, alles leer. Ole, ole. So, was haben wir da jetzt? Da nehmen wir mal den da mit. Dann haben wir, was gibt es noch hier? Bisschen irgendwas. Komm, Steinschleuder. Spucknapf. Irgendwas. Gar nichts. Auch nichts, auch nichts, auch nichts. Habt mich doch gerne. Das ist ein Wahnsinn. Waffentechnisch, Munitionstechnisch, schwach. Oh, was läuft denn? Moment, was seid ihr hier da? Ja, ja, ist schon recht. Geh weg da. Ah, der ist wieder so ein Wächter rausgeholt, oder? Ich hol mir mal den Wächter raus. Oh, da gibt's... Ich hol mir mal den Wächter raus. So, jetzt werden wir den hierher positionieren. Lauf, 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 lauf. Nice, die Munition auskommt, bevor er sich regeneriert. Schieß auf ihn. Ach, Mann, mit den letzten Kugeln. So, Allianzgewehr, noch besser wie nix. Was haben wir jetzt noch mit? Gar nichts. Liegt irgendwo was rum? Auch nicht. Ah, da ist was. Nein, das ist gar nichts. Ich kann nur umschalten auf meine Knarre. Himmelsacker, nix ist da. Was ist da? Das heißt, Munition für die Knarre, das ist schon mal gut. Die ist leer. Das ist die Frage, schnappen wir uns einen Ghost? Probieren wir es mit dem. Scheiß an, probieren wir es. So, da gibt's auch kein Zurück mehr. Wo bin ich denn da? Wo ist denn da? Das... Ich trau mich nicht, ich trau mich nicht. Scheiß an, soll ich mal rein? Es rauscht mal rein. Ole, ole. Auf sie mitgebrüllt. Ich fahr sie alle nieder. Komm her da. Oh, 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 oh! Öhm, öhm, Ihr habt nichts gesehen, Ihr werdet jetzt geblitzdingst Den ganzen Scheiß noch einmal da